Es war ein Tag für mich, wie jeder andere, doch als es Abend war, da kam er nicht. Ich suchte in der ganzen Stadt und ahnte, dass noch in dieser Nacht mein Glück zerbricht. Noch ein Letztes las ihm stehen, sagte er, dann will ich gehen. Doch die Sonne seines Lebens schien nicht mehr, es war vergebens, dass die Freunde dieser Nacht ihn zu mir nach Haus gebracht. Ich kann nicht verstehen, warum ist das geschehen? Es gab so viel, das wollten wir erleben. Doch irgendwann gab es für ihn Probleme. Er fing zu trinken an, ich blieb allein. Wie oft hab ich gesagt, das kann nicht gut gehen. Denk drüber nach, mein Freund, du trinkst zu viel. Die Kneipe an der Ecke war sein Ziel. Noch ein Letztes las ihm stehen, sagte er, dann will ich gehen. Doch die Sonne seines Lebens schien nicht mehr, es war vergebens, es war vergebens, dass die Freunde dieser Nacht. ihn zu mir nach Haus gebracht, ihn zu mir nach Haus gebracht. Ich kann nicht verstehen, warum ist das geschehen? Noch ein Letztes las ihm stehen, sagte er, dann will ich gehen. Doch die Sonne seines Lebens schien nicht mehr, es war vergebens, dass die Freunde dieser Nacht, ihn zu mir nach Haus gebracht. Ich kann nicht verstehen, warum ist das geschehen? Ich kann nicht verstehen, warum ist das geschehen? Vielen Dank.